Herr Grünkens, wir haben nur wenige Minuten für dieses Gespräch hier und wir müssen uns also auf das beschränken, was jetzt im Vordergrund steht. Wir sind hier im Filmatelier in Wandsbeck und wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, dem wollen wir es noch mal verraten. Ich meine, wenn Sie es noch nicht gemerkt haben an der Mephisto-Maske hier von Gustav Grünkens. Hier wird ein Faustfilm gedreht. Ich glaube, ein Film, Herr Grünkens, für den es eigentlich überhaupt keine Vorbilder gibt. Ja, ein Projekt, in dem ich nur mit großen Zögern herangewagt habe, weil ich mich also für ein abgefilmtes Theater gar nicht hätte interessieren können. Erst als das Angebot der Gloria-Film solche Formen annahm, dass ich glaube, es verantworten zu können, den Versuch zu machen, habe ich mich entschlossen, das zu tun und ich bin sehr optimistisch eigentlich, was wir sehen und das Interesse, was der Kameramann, Herr Anders, an der Sache nimmt und wie sich das gegenseitig System befruchtet, möchte ich sagen, lässt mich einiges hoffen. Ja, nun weiß man von Ihrer Faustinszenierung, Herr Grünkens, dass sie sich immer ausgezeichnet hat durch die Klarheit der Sprache, durch die Klarheit der Gedanken. Also, wenn ich es mal platt ausdrücken soll, Ihr Faust hat immer verständliche Sätze gesprochen. Vielleicht gibt es jetzt Leute, die fürchten, dass die optischen Mittel des Films das Wort ein wenig verdrängen könnten. Teilen Sie diese Befürchtungen? Nein, ich verstehe, dass diese Befürchtungen auftauchen, aber das liegt auch für uns natürlich sehr auf der Hand und das ist unsere Hauptarbeit, Bild und Wort in Konkurrenz zu bringen. Sehr richtig, was Sie sagen, denn die Gefahr, dass die Bilder so schön sind, da muss man furchtbar darauf aufpassen. Also, die Arbeit im Atelier erfordert von uns allen eine ganz strenge Zurückhaltung, sowohl was den schauspielerischen Ausdruck als was die Farbe und den Glanz der Bilder angeht. Ja, nun, Herr Grünkens, nun gibt es sehr viele Inszenierungen wahrscheinlich, die man für die Nachwelt, wenn ich das so ausdrücken darf, konservieren möchte. Glauben Sie, dass Sie mit diesem Film hier, mit dieser Arbeit unter Umständen eine Serie von ähnlichen Filmen einleiten können? Das möchte ich nicht hoffen. Für Sie persönlich nicht, oder? Nein, überhaupt, also, es ist so, also ich, wir denken ihn eigentlich gar nicht mal so sehr für die Nachwelt, wir denken ihn sehr für die Mitwelt. Ja. Dass er nachher, als er erhalten hat, ist natürlich eine wunderbare Sache und für mich eine Freude. Aber es wäre gefährlich, jetzt zu sagen, und nun kommen die Klassiker da an, und es wird jetzt also einer nach dem anderen. Die Faust bietet sich merkwürdigerweise unweit an, es ist ein glänzendes Drehbuch, würde ich sagen. Ja, schauen Sie mal, wo gibt es also eine rührendere, schlichtere Figur als das Gretchen, das können Sie in keinem Heimatfilm finden. Wo gibt es einen größeren Gangster, die kann im Gangsterfilm finden, also. Ja, Herr Grönkitz, ich möchte jetzt noch auf ein anderes Ereignis zu sprechen kommen. In dieser Woche ist Boris Pasternak gestorben. Sie haben ihn in Moskau kennengelernt, nach Ihrer Faustaufführung in Moskau. Und wenn ich richtig informiert bin, sind Sie ihm in dieser Maske gegenübergetreten. Ja, ja, ja. Es war ein sehr, sehr unheimliches, das in der Zeitung zu lesen, weil, als ich ihn sah, er war so lebhaft und so agil und so auf der Höhe seiner geistigen Potenz, dass ich das nie vermutet hätte. Er war so ein sensibler, feiner, kluger Mann mit einer befunden Kenntnis des Werkes, des götischen Werkes. Und sichtlich also beeindruckt, jetzt sage ich gar nicht also von unserer Fabelhaftigkeit, sondern von der Wiederbegegnung mit dem Faust, den er ja, ich glaube, zweimal oder dreimal übersetzt hat. Ja, ich glaube, er hat Ihnen einen Zettel geschickt in die Garderobe. Ja, er war in der Pause da und hat mir am Schluss aus dem Motivsbuch, ganz spontan, einen Zettel hereingeschickt. Auf dem stand das Unzulängliche wird das Ereignis, das Unbeschreibliche ist getan. Eine hübsche Geste. Ja, eine hübsche Geste. Herr Grönkens, ich habe Ihnen zu danken für dieses Gespräch, außerdem dafür, dass wir jetzt in dieser Sendung den ersten Ausschnitt, das erste Muster sozusagen, zeigen dürfen. Wir freuen uns alle auf das fertige Ergebnis. Hoffentlich wird es gut. Herzlichen Dank. Nichts zu danken. Bis zum nächsten Mal. people Untertitelung des ZDF, 2020